Servus Leute, und schönes Loch im Hemd. Ja, wir möchten erst mal sagen, Schönen Tag erst mal zu TTT. Wir sehen wieder, es sind viele Leute dabei, die wir kennen. Da haben wir noch ein paar Bekannte, wie Exit zum Beispiel. Und der Flory, der ganz neu dabei ist. Nicht ganz neu, er war einmal dabei. Er war einmal dabei. Erzähle, Nick, war noch nie dabei. Andi, das sagt nicht so, never ever. Das ist schon scheiße. Was ist denn jetzt schon scheiße, ey? Ich hatte gedacht, wir hätten grad diesen ganzen Fäkalhumor mit Banwa seinem Stuhl weggelassen. Jetzt geht das wieder los. Ach, warte mal, Banwa ist ja in der ersten Runde. Wo ist Banwa? Bin ich so bescheuert? Nein, die erste Runde war schon. Ist mir doch scheißegal. Es ist außerhalb der Aufnahme gewesen. Wie immer, wie üblich. Janis Proof, obwohl ich ihm zutraube, dass sein Kollegen umzubringen. Ja, das finde ich das eher so. Das ist ja grausamst, ey. Er würde seinen Kollegen umbringen, aber ich würde es ihm zutrauen. Aber er ist zu tun. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass er es gemacht hat. Nee, Romeo, scheiße. Ich war vorher grad hinter dir. Was bist du von mir? Ah, Mann. Soll ich eigentlich die Leiche wegwerfen? Ich tu die Leiche wegwerfen. Meine Vermutung. Warte mal. Nee, gib's mir einfach mal nen Detektiv, Junge. Joa, nee. Es gibt keinen. Oh, das ist doch scheiße. Wie? Ich hab gar nichts eingestellt. Du musst das einstellen ab, wieviel Leuten das ein Detekt gibt. Ja, ja. Ja, und das ist Standard auf sieben eingestellt. Oder auf zehn, keine Ahnung. Oh, Johannes ist ja da. Ja. Mhm. Ach, hallo. Guten Tag. Ich hab einfach mal so ne Vermutung, dass er Drummer ist. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach meine Vermutung. Nee, ich kill dich ja nicht. Es ist einfach meine Vermutung. Hast du ne Vermutung oder denkst du dir das nur? Wie viele Runde ist das einfach? Ich kill ihn aber nicht. Das ist ja random. Wie viele Runde ist das? Erste. Wunder eins. Wann war Traitor? Ja. Wann war Traitor? Ja, Wann war Traitor. Wann war wirklich. Hm. Wann war mir eine VSS Silence hingeschmissen? Oh, das ist doch nice. Habt ihr die Leiche runtergeschmissen? Ich hab die runtergeschmissen, ja. Oh, da ist das witzig, ne? Ja, ich weiß. Das ist witzig, ne? Ah, ich kann das Glas nicht kaputt, warum ist das bitte vom Glas? Und der Glas. Oh, ich bin zu blöd. Es ist wie bei CS Gold, ich bin zu doof zu stripen. Äh, Drummer, warum bist du eigentlich? Der ist ziemlich... Weil Andi nicht ang... Ja, weil Andi scheiße baut. Deswegen. Woah! Lol, Flori! Wo? Nein, ich bin's nicht. Äh, Andi, der gekillt. Äh, Andi, was? Wann war das Post-Round-Deathmatch ausgestellt? Ich hab das nicht ausgestellt. Das ist dann stimmt. Du musst das aber eingestellt. Ja, das ist eigentlich immer Standort jetzt nicht eingestellt. Andi, ich hab da eigentlich bloß gerade eine Matchbox gegeben, dass du Ruhe gibst. Aber... Ich guck das mir gleich in meinem nächsten Tod nach. Das war die erste Runde. Stell jetzt einmal in der Runde ein, TTT-Unterstrich. Ich hab bloß Mannmark gelesen und hab gerade geguckt, dass das doch... DM1. Oh, Juni. Meine Sonne. Oh! Und... TTT-Unterstrich... Ach, es war ja auch heute wieder... Ähm, könnte sein, dass der Deadwing aber nicht funktioniert, weil es ist ja ein neues Update wieder. Ach, wieder neues? Oh, Mann. Ja, das hab ich heute gesehen. Trader bitte austesten. Vor allem, wenn Ron weiß. Der nutzt ihn ja immer so gut an. Gerne. Aber... In letzter Zeit wieder, oder nicht? Wir hören doch mal, geschont, seit er wieder funktioniert. Jetzt. Ich will mal hol... Wenn du admin bist und hosten kannst und er hundertprozentig ist. Ey, jetzt noch jemand. Ja, jetzt geh mal, Andi. Ja, mach gleich mal nächstes Rohr. Ich bin hier raus. Ey, komm jetzt... Ja, Mensch. Mach jetzt mal... TTT-Unterstrich M-I-N-Unterstrich Detective und dann Sex. Ganz im Ernst. Ich wollte jetzt gerade einen vierten Dreier vorschlagen. Bitte was? Ne, was denn ey? Das war doch gemütlich da oben. Soweit ich weiß... Ich habe neulich gesehen, dass hier ne Traitorfalle ist auf dem Beet, glaube ich. Ich schieße. Ich bin zu sicher, aber ich glaube, das ist ne Traitorfalle. Ich finde super, dass dir das jetzt erst auffällt. Ich weiß nicht, was die beurteilt, aber das glaube ich eigentlich. Doch. Ist dir jetzt ganz zufällig aufgefallen, ne? Auf dem hier, glaube ich, tatsächlich. Ne, das war auf dem, glaube ich. Junge, die Map kennt jede Sau, dass drunter ne Traitorfalle ist. Kennen wir auch nicht. Jede Sau, wie ist das? Ne. Ja, aber das sind doch Kürbis und keine Säure. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht zum Gleichen werden. Ne, aber... Entweder dieses oder dieses Feld hier. Da kommt dann Weizen-Gruppen hoch... Äh, da kommt dann Weizen hoch und das führte dich. Ach genau, da kommt Weizen... Ja, da stirbst du nicht. Da liegen Waffen hier, glaube ich. Was ist das denn? Ja, aber das Ding ist... Und ich habe eben hier auf der Map, als ich eben in der Traitorfalle war, habe ich einen Traitorraum hier gefunden. Also Traitorräume gibt es ja auch. Ich finde halt Weizen jetzt nicht so geil. Nicht gerade so klein, ne? Boah, was ist das für ne Map? Neue Map. Boah, bist du. Boah, bist du. Wo ist eigentlich schon D4? Nächste Woche gibt es ne geilere, wo es nur eigentlich leider bisher keine Waffen gab. Stimmt. Oder zu wenige. Okay. Da pack Vanva aber genügend drauf. Ja. Oh, der Dringer gehört! Dann war das bestimmt Flori. Darf ich mal? Wer ist denn im Haus drin? Wer ist denn im Haus drin? Okay, den darf ich auch. Ich habe dich dafür getroffen, Flori. Jetzt war... Flori war es 100 pro! Ganz ehrlich, bin ich schon höher. Ich hab Flori eigentlich getestet. Ich hab das gehört. Ich war aufm Hausdach drauf. Ich hab Flori sogar getestet. Der Dringer funktioniert. Ja, genau. Wander. Call sie dir die Testschrift, den wir nicht haben. Oh. Ähm. Ja, okay. Aber Wander, du hast ja nicht erst raus, du willst nicht proben. Ja, ne. Wer hat geschubst? Aber das geht auf jeden Fall noch. Ach, warte, 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 warte. Der geht definitiv noch. Wir haben was, äh, vergessen. Weil der ist... Schmeiß runter, ja. Das mag ich trotzdem nicht proben. Nö, 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 nö. 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 Lassen wir mal. Geht das überhaupt runter? Ah, fuck, bin ich bescheuert. Hahaha. Bist du runtergefallen? Anscheinend schon. Teleporten oder was, ey? Hä? Teleporten? Obwohl, es gibt doch die Traitor-Teleport gar nicht. Nee, der D-T ist ja gar... Es gibt ja keinen D-T. Aber wieso zu Hölle? Hab ich mich grad um 90 Grad gedreht, ohne dass ich mich um 90 Grad gedreht hab, hä? Hä? Watt? Ne, ich bin vorwärts gelaufen, plötzlich war... Warte mal, kommt noch die ganze Seite, warum auch immer. Es gab keinen Sinn. Warte mal, Andi ist gestorben oder was? Wieso vieles? Ich kontrolliere gerade den Turm, weil du einmal sagst, der wurde angeschossen. Der Turm wurde angeschossen oder was? Ja, der Turm sowieso. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Greer's ist, aber... Das Gefühl... Das Gefühl hast... Drama, lebst du noch? Hm, der wurde wahrscheinlich getroffen vom Turm dann. Ah, ich hör... Ich hör ne Faust ist silenced, ja. Ja, das ist ne Faust ist silenced. Hast du sie gehört? Dann... Ja, ja, ja. Das musste auf dem Turm sein. Ja, 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 ja. Die Frage ist... Wer ist da? Batman! Ah, stimmt. Also Andi, wenn du tot bist... Oh, hier ist auch ne... War hier nicht auch ne Traitorfalle? Na, komm Grievous. Du lebst noch? Ja, ja. Komm rein. Ja. Oh Gott, oh Gott, ne. Alles gut. Was machst du denn? Wurste angeschossen? Ne, ne, ne. Ich wär... fast... runtergefallen. Ah, hier bist du. Ich find diese Schrittgeräusche hier ziemlich... falsch. Danke. Oh, das wusste ich nicht. Das ist cool, dass es hier so viele Waffen gibt. Oh. Ja, hier musste ich auch keine neuen Hinz rufen. Ja, aufpassen, in der Küche ist ne Traitorfalle hier. Äh, wenn du hier reinkommst, links, dort ist ne Traitorfalle. Oh. Oh. Ach kaum, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Oh. Ja, ja, ja. Hab ich auch gehört. Die Frage ist, welche Waffe ist am besten dann? Bleib einfach drin. Ja. Ich hab ne Leiter gehört. Nein Grievous. Shit. Sehr gut Grievous. Ich hab' den Schuss, der mich erschossen hat. Das war zuerst auswärts, was war gewesen. Alle ungemetzelt. Ach man, der Grievous wieder. Das war wieder klar. Und dann zieht mich natürlich, wann war der grad eben reinkommt in den Raum. Und ich stand auf dem Hausdach drauf und hab's da auch gehört. Ja. Das heißt, du hast gedacht, dass du's genug hast. Nee, ich hab's nicht gedacht. Aber, ähm, Flory, hat denn bei dir der Deathwinger funktioniert? Ja, der hat funktioniert doch. Als ich dich geschlagen habe. Als ich dich geschlagen habe. Ja, der hat funktioniert doch. Ja, der hat funktioniert doch. Ja, der hat funktioniert doch. Ich hab dich nämlich noch gesehen. Ja, ich weiß. Ich hab' ihn mit dem One-Shot weggemacht, aber da ist das eine Vorstoffung gekommen, dass ähm, Deathwinger ist. Ja. Wir haben eine Date. Oh, Andi ist Date. Ach du Scheiße. Wer ist denn die? Ja, Andi. So viel zum Lachen. Na, wie gesagt. Captain Obvious ist so wieder am Start. Ja. Captain Obvious. Captain Obvious. Captain Obvious. Ey, da schießt jemand, wer schießt da? Hallo. WAHWAH! WAHWAH! Ja, was denn? WAHWAH! 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 Hä? Hä? Oh! Oh nein! Ich hab hier die Schüsse gehört, ist der im Haus drin? Ja hier liegt auch überall Flut. Die Schüsse sind irgendwo vom Haus her gekommen. Das kann doch Exes sein, der hat nur zwei Tage. Ich hab ihn erschossen. Hat gerade geschopft. Hast du ihn gut? Dann lass mich mal rankommen. Ja warte. Ähm, da. Kannst du mich doch gleich nochmal zu Grylls holen? Ich hab angeschossen. Von oben kommt Turm. Es ist extra. Gerad. Oh, da war noch was. Jetzt hat er auch noch gesoffen, der Typ. Was ist das Ding? Alter! Was hast du für einen kaputten Kopf, Wanwa? Tschüss! Ganz im Ernst, ich klatsch das, ich klatsch dieses Ding hier, namens Wanwa, an die Säule und auf jeden Fall macht's bumm, bumm. Oh, Andi. Sag doch, mein Kopf wacht später auf. Ja, aber doch nicht in so einer Explosion. Ah, fuck! Oh nein, Andi! Nein! Mensch, jetzt lassen wir doch mal diese Zeit, Junge! Geht doch mal schaden! Schaden! Warten! Der hat kein Damage bekommen! Okay, komm! Egal! Wiii! Ich hab's dem Hubschlag dann eh! Ah, Mann! Cool, ich bin tot und ihr kriegt dafür einen Credit. Ja, ne, sie wissen, wie sie dich locken heißen. Hä, Flori, wieso tot? Ich bin runtergefallen. Wo habt ihr meinen Kremis hingeschwissen? Ihr wollt ja eigentlich wiederholen. Ich bin ja alle runtergeworfen. Warte, ja. Sehr fies. Warnwa, du Sau. Hi, Johanni! Exeter, du hast mich mit dem Headshot gemacht, gell? Was, bitte? Hast du mich auf Wanwa genannt? Ich weiß nicht, ob ich oder wann man das nicht gemacht hat. Du hast mich gemacht, weil ich wurde nicht, äh, 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 confirmiert. Ja, ja, ich bin hier. Andi, komm her. Ja? Ich hab jetzt echt die Serie. Ich hab jetzt nicht so umgeachtet. Ja, ja. Ich bin ja hier. Bitte! Hallo? Ich bin vor dir! Ja! Mach die Füße noch fliegen! Ich bin vor dir! Oh Gott! Oh Gott! Warnwa? Ja. Bist du einer links? Ne, ist ein, äh, ach, Johanni. Ja. Da, da, da bist du. Wo ist er denn? Ne, gut. Die gehören. Ähm, ey, ey, ey! Warnwa! 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 Wer schießt denn da? Wer schießt denn jetzt? Wer schießt denn jetzt? Ich hab ihn getötet. Ach, wannwa! Schon wieder! Alter! Und Andi gleich. Haben sie mit den Diegel? Nein, ich hab ihn erschossen. Warnwa! Ist der Dauertrade? Wer hat ihn jetzt erschossen? Ich hab ihn erschossen. Ja, was ist der Dauertrade? Oh! Seid ihr euch wirklich sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Ja, er hat ne Farmers. Exel! Exel! Ja, das Exel ist der Dreck! Oh mein Gott! Ja, er war's nicht! What? Andi! Nein! Ich wusste es doch! Erzähl dir nicht! Ach, come on! Oh mein Gott! Mensch, gebt mir doch mal Zeit, du bist so groß, ihr Typen, ey! Ich frag's immer noch hundertprobe, ob ihr beide Krumen seid, dann sagt ihr ja! Florian war ja auch Krumen! Ja! Ich war ja auch Krumen! Exel wir doch nicht! Es war Andi! Ja, der hat überhaupt den Landrunner umgebracht! Der Andi war auch so viel! Ich hab nie behauptet, dass ich Wander umgebracht hab! Das ist gut so! Hast du dich gesagt? Ich hab ihn! Du hast gesagt, hab ihn! Oh Mann! Ja und? Ich hab ihn, hab ich gesagt! Ich hab ja gedacht, ich hab umgebracht! Das wär nicht das erste Mal! Um sicher zu sein, ob du wirklich bist oder ich! Oh Mann ey! Exel! Hör auf nachzudenken! Ja ich denk nicht nach! Echt so! Genau! Ich will mir noch zu viel drumstehen und du wirst dich auf mich schießt! Ja ganz ehrlich, Exel hör auf nachzudenken! Es stinkt schon hier! Wie wurde er gekillt? Äh, warte mal! Wir sind bestimmt nicht nach! Exel! 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 Ekeln, gib dich! dose schon! Ähh, Johanny! Huuuuhh Luft! Ja komm rein Junge, genau! Geil! Warte mal kurz. Ja, das ist ja. Andi? Läuft. WTF? Du bist der Schrift. Die lechteste Schrift, die ich je gesehen hab. Warte mal kurz. Ja, ich hoch. Ah, Mann, ey. Wirklich. Aber an extra. Ich hab alle weggemacht. Andi, deine letzte Brille. Wo ist denn mein Mali hingefallen? Was? Bist du meine Hose? Grievous, du hast eigentlich zuerst auf mich geschossen. Hast du schon gesehen, dass es ne... Nein, Grievous. Na, weil ich dachte, der, der, der da unten kommt, der ist es. Das werde ich auch. Ich hab's extra gesagt, am Mitte der Hals reingeguckt und ich nicht während das wegmachen kann. Aber die Taktik kenn ich schon. Grievous, meine Hütte brennt mir. Das ist meine neue Zentralheizung. Weil dann wärst du weiter reingegangen und hättest mich halt gesehen und hättest mich weggemacht. Ja, beziehungsweise weil das Ding gefunden hast. Alter, die Waffe ist scheiße laut. Ja, der war auch ziemlich nah. Welcher? Welcher? Achso, ich dachte jetzt die... Programmer. Aber jetzt gibt's auch viele Waffen im Haus oder so. Wie viele Runden haben wir jetzt eigentlich schon gespielt? Keine Ahnung. Aber 15 Minuten. Ah ja, wer setzt Timer? 15. 14, ja gut. 15. 24. Oh, ich hab ne Lampe angemacht. Ne Lampe? Ja, ich weiß nicht, was die bringt. Boah. Oh. Hm. Also ich bin schonmal sehr ungefährlich. Hä? 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 Ich glaube, Johanny hat gerade geschockt. Okay, die Trader-Faller wurde aktiviert. Von? Welche? Die mit dem Weizen oder? Die mit dem Weizen oder? Ist dann jemand gestorben? Richtig? Ja. 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 Hoffentlich kann man die nicht zweimal aktivieren. Ich bin hier im Haus. Hä? Oh. Wer ist? Na gar nicht. Achso. Hab ich schon. Call mal Dete am besten. So, call mal Dete. Ich hab nichts. Ich bin... Hier. Hab dich gecallt. Alter, ich kann grad gar nicht ausrichten. Kann mir keiner sagen, wo noch ne gute Waffe liegt? Ich hab grad aber... Oh mein Gott. Der ist ja mal voll... Alter, wie strik ist der denn? Also, diese Teile, ne? Ey, Alter. Der wollte direkt auf... Ich weiß... Ich weiß nicht mal auf was der... Ich weiß nicht mal auf was der gerichtet sein soll. So, grad nicht wieder am Leben. Ist die Frage. Auf der Stahl gerade wird, da siehst du halt... Wow! Taube. Auf. Wow! Warst du das, Andi? Nee, Wamba! Was denn? So provisorisch wie der ich? Wow! Ey! Hab den! Andi, ey! Die Wamba ist gut. Ey, ich hab... Der war doch schon längst tot. Ich hab den gekillt. Shotgun war's, oder nicht? Das hab ich nicht gesehen. Ey! Das ist unfair. Ich hab'n G36, Alter. Ich kann dich nicht töten. Ist unfair. Hey, wer ist denn jetzt grad rein? Ich sagte... Johanni. What the fuck? Johanni war zweimal drin. Ganz ehrlich. Ach, der war zweimal drin? Das ist so unfairkrieges. Was? Ich hab doch gesagt, ich hab ihn wiederbelebt. Nee, das war so unfair. Ui! Ganz ehrlich. Anni, es gibt genug andere Waffen. Ja, und? Ja, aber G36, das ist aber unfair. Dann nimm' ne andere! Hab keine gefunden! Drinnen gibt's übelst große Waffen aus uns. Hab keine gefunden! Ah, die Falle ist gut, ne? Mit dem Feld. Geh erstmal immer ins Haus rein, da legen irgendwie 10 Waffen an einer Strecke. Sollst du dir so so still und leise? In den Turm dort, unten. In das Haus. Dann findest du hinten links in nem Raum irgendwie 10 Waffen. Ich hab das Gefühl, auf dieser Karte ist sogar die MP7 besser als ne Shotgun. Ja, das wird wohl Johanny sein. Ja. Ja. Ist sogar wahr. Jo, wahrscheinlich. Oh, ja. Ist sogar so. Oh, das war's. Das ist nice. Du kriegst gleich wieder die Schicht. Anni girl! Haha. Mein Hals. Bumm! Okay. Im Haus wurde einer getötet. Okay. Andi. Okay. Du kommst jetzt. Dreckslauch. Andi. Was ist denn hier los? Echt so? Sinds alle tot, oder was? Ja, schein so. Ja, nein. Dann ist es Wann war, oder? Wer ist doch? Wann war? Wann war ist auch den Fall. Ja, ich bin proven, wenn ich mal. Ja, doch. Ja, ja, find ich auch. Warum? Bring bitte Drummer, und das Schrein hat mich ungenietet. Ich bin eher für Wann war. Ich. Was? Wann war kill Drummer und gegenseitig. Okay. Drummer lebst du auch noch? Ja. Okay. Kann ich machen, wenn du möchtest. Aber Johan ist doch... Ja, Johan ist das. Andi lebt wieder! Ja, jetzt geht's! Alter! Nein! 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 Okay, dann ist es Drummer und Andi. Nein! Nein! Das ist ne Lüge. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ne, was war du vor? Okay. Bleiben hier alle. Du bist gleich nachher beigeflogen. Ne, gut, dann bin ich gleich weg. Glaubt ihr euch gegenseitig? Ja, ich gegen zwei oder was? Ja, klar. Wo sind die? Ja, irgendwo hier unter mir. Wo? Ich glaub bei dem Leuchtturmhaus unten drin, keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, keine Ahnung, ist auch wieder genial. Ich hab gesagt, sowas in der Richtung. Nicht das Ding. Das hier. Guckst du? Das hier. Ach, da oben bist du. Ja, ja. Ich schau ja noch lauter rum. Ich sag ja noch lauter rum. Ich bin... Oh shit. Das war knapp. Ich darf mich noch an der Leiter verstärken. Spiderschwein, Spiderschwein. Da unten laufen sie, ich seh sie. Da ist auch das Spiderschwein. Wo? Unten, unter dem Glas. Egal. Die müssen uns ja töten eigentlich. Bleib da. Ja, warte, ich stehe nicht. Ich lass ein bisschen sicher dahin. Spiderschwein, Spiderschwein. Hier ist unser Spiderschwein. Spiderschwein. Es... Was macht so ein Spiderschwein? Es ist einfach ein Spiderschwein. Es ist einfach ein Spiderschwein. Ist das Hollander? Oh. Oh shit. Was denn? Nix. Ich kann das nicht fliegen. Okay. Bis jetzt. So, die haben noch zwei Minuten Zeit und dann... Was ist das? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wie ist die eigentlich denn gestorben? Wie hat das nicht denn gemacht? Hä? Totgefallen. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ich bin Santa Claus! Ja! Au. Dass man nicht von oben in den Schornstein rein kann. Ja, das ist fest. Werden eigentlich Andi letztendlich getötet. Wann war? Wann war? Ja. Ja, war das erste Mal mein ich dabei. Ich... Glaub ich jedenfalls. Ja. Hast du deinen eigenen Trader gelegen, als du abgeschossen hast? Ich glaub, der wollte die Leute mit Florio um nie. Ich hab Florio auch vorher schon umgebracht. Und der fällt immer nicht. Das Witzige war, ich sag bumm. Und in dem Moment gibt's Anime von hinten Headshot. Ja, und ich denkst du so, ja, Ixe, was? Ich wollte ihn nur schießen. Oh, was hat das Sinsen, ey? Ne, eigentlich nicht. Wie kann ich eigentlich tanze ich den auf die Kiste springen, um eine Waffe zu bekommen? Oh, der ist echt nicht. Der ist schon hart. Der ist schon hart. Ah, der ist hart. Ihr und eure sexuellen Gelüster heute wieder. Ja, ich wollte schon sagen. Es ist ein bisschen hart. Ja, vielleicht sind wir auch immer noch bei unserer Fäkalsprache. Bitte. Lachen wieder zu Hause. So, ich mach die Kackwaffe hier so. Wer schießt denn hier? Johanni. Ich hab auch eine Waffe weggeschossen, damit ich an die andere Waffe da... Ja, ja. Aber guck mal, Johanni tötet die Gräser. Ja. Oh, Gräser wie Böse. Ja. Andi will mich erschienen. Ich lebe Leben einst, Junge. Was, Malteser? Gräser sind unsere besten Freunde. Das ist Leberband, wie gesagt. Du meinst Leber wie Böse. Ja, die... Also zumindest für Drumeur. Die kann auch rauchen und essen. Gleichermaßen. Was ist das eigentlich? Ich zeig mir, oh, scheiße. Oh, ich hab Kohle gefunden, die baue ich jetzt auch. Was für Kohle. Sollen wir dir in die Kommentare schreiben? Du hast Kohle übersehen. Ja, gibt ja hier ja alle Geld, äh, Kohle die du abbauen kannst. Oh, hier sind Kohle. Ja, wenn ich sage Kohle, die baue ich jetzt auch. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, das ist mein Ex-Wing auch noch. Das gehen. Kohle, Kohle, Kohle. Wenn ich jetzt Sword-Off getötet würde. Ey! Au! Ey! Nein, nein, nein! Nicht du! Nein! Oh, Mann! Oh, Mann! Alter, wie schlecht bin ich denn? Gar nicht mal so schlecht. Nein! Nein! Ach, du! Ah, Mann, du bist mir eine Fischliebe. Ja, Mann, der Flo hat geschoben, die wir stand die ganze Zeit daneben. Ja, ich dachte mir jetzt, was ist es... Ist es jetzt oder ist es nicht? Ah, Mann, da ist Johanny. Ich unter will die Leiterung, da musste ich... Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich doch? Ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten eigentlich. Ja, wir können mal dieses... Ja, gut, dann würde ich sagen... Ja, mach's mach's. Nein, nein, mach nichts zu sagen. Na, nicht ganz. Nö. Eine Runde noch, komm, letzte Runde. Halt, stopp, was muss man eingeben, hallo? RTL? RTL? Ja, RTL. Ah. Ich dachte, hinter mir wär noch irgendwas, aber dann fiel ich. Das witzige ist, wann war ich komm da vorne raus aus dem... Leuchtung oder... Ne, was war das? Keine Ahnung. Leuchtung? Wann war... Ne, da wird sich nicht drauf geachtet. Warte, auf jeden Fall bin ich vorne raus. Wann war kleiner? Ich weiß nicht, ob ich kleiner bin. Exel, nicht nachdenken bitte! Exel amper nicht! Krivi es? Krivi es? Krivi es? Ach so, ich bin detektiv. Ja. Nm. Sieht denn? Nm. Ich hab keine Ahnung wo das Ding gelandet, dass ich erkenne da gar nix Ich würde einfach nirgendwo hingehen Sag mal, warst du das? Nein, du hast es gesehen, ich hab die ganze Zeit die Sniper in der Hand Ja, ich hab dich kurz nur umgeblickt Also wenn das da senkrecht unterm Knick ist Der Spiegel zu, gell? Der weg ist Das ist so ein Beam-Bug Das ist echt... Wow, lag! Was? Lag, lags Bei mir jetzt Startbild, ah jetzt gehts Wow, Alter, ich... Fuck, in der Wand fest, jetzt gehts wieder Ist der denn gestorben grad? Tja, Detektiv, tu's mal herausfinden bitte Hey, da habt wer geschossen Ja, das war ich Oh, hatte Wand war Hallo, ich war nicht Oh, nicht schon wieder Gräser töten Doch, klar Es ist... Es ist lieber, wenn ich dich töte Exel, geh weg Exel, verfolgt mich grade hin Ja, mein Ping ist grad total niedrig Ja, ja, total niedrig Nicht mein Ping ist niedrig, sondern meine MPS Wir brechen grad vorher ein Ey, wir sitzen da oben Ich krieg ja Schüsse ab Nee, ich bin... Wieder auf mich... Bist du ernsthaft ab? Nee Waren wir grad runtergefallen? Nein, nein, noch nicht Noch nicht Noch nicht Noch nicht, aber bald Ich weiß, dass Johann mich gleich umbringt Ja, klar Da schläfst wieder jemand mit Adi Ja, irgendjemanden Silent snipet hier auf mich Ach, okay, was suchst du jetzt hier hinten? Das seh ich, Johanni Ja, irgendwas Ja, ich will's kurz mal klarstellen Tornetik, wann wollen wir töten? Darf ich? Ich darf ja nicht Ah, das ist... Äh... Was war das grade? What the fuck happened? Das one war tot? Genau Ich hoffe, ich hoffe Obwohl... Nee, obwohl, nee Ich hoffe es eigentlich nicht Weil... Johanni! Johanni! Fuck, ey Da hinten... Äh... Nein Bei dem anderen Turm da Also bei diesen... Ja, weiß nicht Wie sagt... Ah, verdammt Er trifft auch noch die Sorge Auf dem Turm? Nein, ja, nicht Auf dem Turm bin ich Erst auf meinen Bäumen da hinten Ach so, Bäume Ach, da hinten Das muss man doch mal sagen Moment mal Ich bin schon was Hä, ist bei dir grad... Ist der ManGun rausgekommen? Flori oder was? Nein Nein Ach, das war die... Ich werd angeschossen Da ist er doch, dort hinten Ja, wie gesagt, da hinten Nein, das ist ne Lüge Wow, wann war der Traderfall aktiviert? Wann war es tot hier? Nee, nicht wann war... Wann war... Johanni mein ich, Johanni Nee, wann war es... Doch... Johanni hat die Traderfall aktiviert Oh, ich glaub doch wohl ganz gut eigentlich, oder? Malte, ich glaub nicht Oh, der hat schon jemand hier erschossen Ja Hast du ihn? Ja Gut Ach hier, hier hast du ihn Undi, lebst du denn noch? Andi, lebst du denn noch? Das kann nicht sein, dass ich mich nicht treff Warum kaufen? Ey, aber das ist gut, oder? Ich hab diesmal gestreift und getroffen War doch schön, Leute? Ja Ich würd' mal so sagen, ne? Das TTT war heute wieder wundervoll Im Traurig ding der größte Kurt in Moll Wohin? Ich würd' sagen... Oh, stimmt, stimmt, die ist neu Ciao Ciao Tschüss Was ist neu?